yo was für meine früder willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal ich hab für euch zum ersten mal echt ein bisschen aufgeregt tatsache weil ich zum ersten mal für euch was vorbereitet habe und zwar könnt ihr im titel schon erkennt ich habe für euch eine apex montage gemacht mit dem song sorry von boucher natürlich auch alles unten verlinkt ich hoffe es ist geil geworden vielleicht mache ich sowas in zukunft öfters eine apex montage habe ich so noch nicht gemacht ich hoffe es gefällt dir wenn es dir gefällt gibt dem video doch mal gerne einen top nach und schreibt feedback unbedingt ob das dir gefallen und ob du mehr davon haben willst und was mir auch sehr sehr helfen würde ist wenn du gerne auf twitch vorbei schaust und gerne mir also die sagen diese ganzen clips die entstanden sind sind im twitch stream entstanden und wenn du bei mir in twitch vorbei schaust und zwischendurch mit clips kann diese videos leichter entstehen ich würde mich echt freuen ich würde mich freuen wenn auch du in zukunft bei mir auf youtube unterwegs bist und auf twitch ich passe den tag an die apex legends ich habe genug gequatscht CD die montage auf jeden Achtung machen wir trotzdem auf jeden Fall Radio Jump. 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 No, not really. Because I know my boys got this. They got this. That's not what the other team said. We don't care what they say, we're bringing it. It's true though. And this is neutral. Every other man that I see is just a noodle man, right? Finger bang a hurricane, she really can't lie. Had to write 10 songs before I had her eyes. Now I'm about to be a douchebag when she cries. Cause I'm talkin' so much shit and I really can't lie